Hey, Alter, ich hab neben die Toilette geschissen, weil sie verstopft, also ich hoffe, das macht dir nichts aus, weil mir kam der Boden einfach sympathisch vor, also. Was? Ich geh nochmal. Dir denn hier kein Klopapier? Schachmatt. Alter, nein, ganz sicher nicht. Schachmatt ist in dem Fall der falsche Ausdruck. Ich hab gewonnen. Nein, nein, ich habe eindeutig gewonnen. Nein, nein, ich habe gewonnen. Nein, ich hab gewonnen. Nein, ich bin zu dumm. Ich spiel nicht mehr. Hey, leg mal bitte ganz kurz sicher. Ja, gleich. Bitte, jetzt. Gleich. Ja, aber ich musste was sagen. Ja, gleich. Jetzt geht's weg, endlich. Alter, mein Handy. Ja, Mann, es ist... Hallo, ich kaufte mir ein neues. Alter. Alter. Ja, der geht eh. Weil schau, du kannst voll schnell... Alter, das ist meine ganze Haushöbung. Ja, nein, 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 nein. Es geht, schau. Nein, das ist meine Haushöbung. Hallo. Meine Haushöbung. Der Stift funktioniert. Ja. Das ist nicht. Ja, 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 ja. Ja, Mann, jetzt reicht's, weil jetzt geh ich. Ja, ich bin da. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da.